Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat and Great. Heute gibt es das erste und letzte Video zum Thema Bratwurst richtig grillen. Warum? Weil wir heute alles abarbeiten, was man zum Thema Bratwurst wissen muss. Wir werden auf alle Fehler eingehen, die man so machen kann. Wir werden auf alle Tipps und Tricks eingehen, die man beachten sollte für die perfekte Bratwurst vom Grill. Und wir werden ganz viele Varianten testen und am Ende wissen, was die beste Methode ist, eine Bratwurst zu grillen. In diesem Sinne, los geht's! Aus dem Thema Bratwurst grillen muss man nicht unbedingt eine Wissenschaft machen. Man kann eine Wurst auf den Grill hauen, warten bis sie durch ist, zwischendurch mal anschneiden und nachgucken und irgendwann, wenn sie Röstaromen hat und innen nicht mehr roh ist, dann kann man sie essen und sie wird trotzdem irgendwie schmecken. So eine Wurst hat ca. 30% Fettanteil, die ist immer gut gewürzt. Durch das Fett und so weiter wird die nie ganz staubtrocken sein, aber man kann natürlich bestimmte Punkte besser oder schlechter machen. Und vor allem wird häufig gesagt, eine gut gegrillte Bratwurst, die platzt nicht auf. Ob das wirklich so ist, wie man das Aufplatzen vermeiden kann und ob es Geschmacksunterschiede zwischen unterschiedlichen Varianten gibt, das testen wir jetzt. Wir haben heute zwei verschiedene Bratwürste hier liegen. Die sind beide vorgegart. Wir werden also heute nicht irgendwie rohe Würste oder irgendwelche speziellen Würste oder Krakauer oder so miteinander vergleichen, sondern es geht ganz klassisch um die klassische Rostbratwurst oder auch einfach nur Bratwurst, die vorgegart ist, also vorgebrüht ist und die wir jetzt gleich auf dem Rost grillen werden. Ich habe allerdings verschiedene Qualitätsstufen hier liegen, denn wir haben einmal eine aus dem Discounter und wir haben eine vom örtlichen Metzger, der die selber macht und damit sogar schon Auszeichnungen bekommen hat und die heißt auch, wie unsere Stadt hier heißt. Wie bei Würstchen vom Discounter wird nämlich häufig gesagt, die würden schneller aufplatzen. Billige Würstchen platzen euch und teure nicht. Ob das wirklich so ist, das schauen wir heute mal. Und dann schauen wir auch an, wie kann man das Aufplatzen verhindern, welche Methoden gibt es da, welche Geschmacksunterschiede gibt es da, wie kommt es überhaupt zum Aufplatzen. Wir werden nämlich jetzt hier Würstchen auch in Milch einlegen und ich habe einmal die vom Discounter in Milch eingelegt und auch einmal die vom Metzger in Milch eingelegt. Wir werden gleich die Würstchen einschneiden, nicht einschneiden. Wir werden sie vorwärts garen, wir werden sie rückwärts garen. Was das genau bedeutet, erkläre ich euch jetzt. Wir starten jetzt ganz klassisch. Wir haben einmal die Discounter-Würstchen, wir haben einmal die vom Metzger und die werden wir jetzt einmal direkt grillen. Das heißt, den Grill vorheizen, Würstchen drauf, drehen, bis sie fertig sind und dabei werden wir jetzt jeweils einmal vom Discounter eine Wurst einschneiden, die andere nicht. Vom Metzger die Würste, da werden wir eine Wurst ganz klassisch einschneiden von beiden Seiten und eine Wurst werden wir nur auf der Innenseite einschneiden und eine Wurst nicht einschneiden. Warum? Die Würste jetzt hier vom Metzger, die sind leicht gebogen, die vom Discounter hier nicht. Es gibt auch beim Discounter natürlich gebogene Würstchen, aber die Würstchen dehnen sich beim Grillen von innen nach außen natürlich auf. Das bedeutet, wenn man die erhitzt, dehnt sich letztendlich das Brät hier in der Wurst nochmal aus, auch obwohl die vorgegart sind und dadurch platzen die natürlich dann auch auf. Warum die aufplatzen? Physikalisch gesehen liegt ganz einfach daran, die Kräfte, die auf so eine Wurst wirken, also auf so einen Zylinder, die sind in die Querrichtung deutlich stärker als in die Längsrichtung. Das bedeutet, die Wurst dehnt sich hierhin sehr stark aus und deswegen reißen die dann der Reihe nach in Längsrichtung auf. Dieses Aufreißen in Längsrichtung ist ein bisschen blöd, ist optisch nicht so schön und wenn dann das ganze Brät da rauskommt, vor allem halt auch bei rohen, nicht vorgebrühten Würstchen, dann kann das natürlich nachher auch Geschmacksunterschiede ausmachen. Ob das wirklich Geschmacksunterschiede ausmacht, das schauen wir gleich, aber das Einschneiden, das ist quasi so ein kleiner Kompromiss. Wir wissen, dass die Wurst hier und da Risse bekommen wird, wir geben jetzt nur die Risse vor. Das bedeutet, wir wollen nicht, dass die Wurst einmal längs aufreißt, sondern wir wollen, dass die Wurst einmal hier die ganze Zeit in Querrichtung ein paar kleine Schnitte hat, dann dort ein bisschen auseinander gehen kann. Das heißt, das, was sich da ausdehnt, das hat dann Platz sich auszudehnen, die Wurst bleibt trotzdem in Form. Wenn wir die Wurst jetzt auf der gebogenen Innenseite einschneiden, dann wird die Wurst sich so ausdehnen, dass sie sich nachher begradigt hat. Und das könnte einen Vorteil geben gleich beim Angrillen, das zeige ich euch gleich am Grill. Um die Würstchen jetzt anzugrillen, müssen wir nicht mehr viel beachten. Wir brauchen ein bisschen Fett, entweder den Rost einfetten oder unsere Würstchen einfetten. Ich habe jetzt die Würstchen eingefettet und dann können die letztendlich in den direkten Bereich. Wir wollen sie ja direkt angrillen, das macht ihr entweder über der Glut oder jetzt hier beim Gasgrill. Beim Gasgrill würde ich euch empfehlen, wirklich nicht auf volle Pulle die Würstchen anzugrillen. So viel Hitze brauchen die nicht, sondern euren Gasgrill so auf ungefähr halbe Stufe einzuriegeln. Habt ihr jetzt einen sehr, 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 sehr starken Gasgrill, dann könnte auch so Richtung niedrigste Stufe die richtige Temperatur sein. Aber da werdet ihr mit der Zeit einfach ein Gefühl für finden und dann stellt ihr euch den Gasgrill so ein. Die höchste Stufe ist es allerdings bei den wenigsten Gasgrills. Unsere Würstchen legen wir jetzt so ein bisschen diagonal zu den Roststäben hin, dass wir nachher auch ein schönes Branding vom Rost haben. Ihr werdet aber sehen, dass letztendlich durch die Strahlungshitze das Würstchen überall relativ gleichmäßig braun wird und wir deswegen da nicht so viel Wert drauf legen müssen. Vor allem können wir uns auch in die Längsrichtung unserer Roststäbe das Ganze zunutze machen, indem wir die Würstchen wirklich von allen Seiten gleich angrillen. Das zeige ich euch. Ich gehe dabei jetzt so vor, dass ich die Würstchen tatsächlich so jede Minute einmal drehe bis zum gewünschten Bräunungsgrad. Auch das ist ein so ein großer Mythos. Man dürfte irgendwie sein Grillgut nicht zu oft wenden, sonst würde es nicht so saftig werden. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Der Gedanke dabei ist ja, dass die Hitze, die von unten wirkt, letztendlich dafür sorgt, dass oben irgendwie Flüssigkeit austritt und wenn ich das jetzt die ganze Zeit drehe, geht die Flüssigkeit die ganze Zeit verloren bzw. Wärme steigt immer nach oben. Wenn ich es die ganze Zeit drehe, dann dauert es länger, bis es gar wird. Es wird dadurch trocken. Das ist physikalisch gesehen allerdings ein bisschen zu kurz gedacht. Kann ich in einem extra Video nochmal drauf eingehen. Also darum brauchen wir uns keine Gedanken machen. Jede Minute einfach drehen, dann wird es nicht zu dunkel. Am Anfang sieht es dann noch nach nicht so viel Röstaromen aus. Am Ende werdet ihr aber gleich sehen, wie das Ergebnis ist. Und das ist genau so, wie man eine Bratwurst haben will. Ganz wichtig beim Drehen ist dann auch, dass wir bei der Wurst alle vier Seiten mitnehmen. Und das geht je nach Form der Wurst, je nachdem, wie die sich dreht, je nach Rost nicht immer perfekt. Und deswegen können wir uns an der Stelle dann auch letztendlich die Längsstreben des Rostes zunutze machen. Und die Wurst, wenn sie jetzt auf dieser gebogenen Seite nicht liegen bleibt, dann eben in Längsrichtung auf unser Rost legen. Und dann bleibt die Wurst auch genauso liegen, wie wir das haben wollen. Man sieht jetzt auch schon hier bei der Metzgerbratwurst, dass die tatsächlich hier der Länge nach aufreißt. Und dieser Riss, der wird immer und immer länger. Ich habe eben schon erklärt, das liegt an den Kräften, die in der Wurst herrschen. Und es wäre jetzt vielleicht auf den ersten Blick logisch, wenn die Längskräfte, also die, die in die Längsrichtung der Wurst zeigen, diese Kräfte dafür sorgen, dass es auch in die Längsrichtung aufreißt. Dem ist aber nicht so, weil wenn die Kräfte in diese Richtung zu stark wären, dann würde die Wurst ja in der Mitte aufreißen und auseinanderbrechen. Was die Wurst aber tut, ist, dass sie in der Längsrichtung aufreißt, weil letztendlich die Kräfte, die nach oben und nach unten wirken und nach vorne und nach hinten wirken, die sorgen dafür, dass die Wurst einreißt. Und das tun diese Kräfte ja über die gesamte Länge der Wurst hinweg. Und deswegen reißt die Wurst dann an einer Stelle am Anfang ein und dieser Riss zieht sich dann über die gesamte Länge der Wurst nachher. Je nachdem, wie stark und lange man die erhitzt. Deswegen schauen wir gleich auch mit einem Rückwärtsgaren, also einer Methode, die ein bisschen anders funktioniert, ob die Wurst dabei eventuell gar nicht einreißt und nur hier bei dieser Direktgrillen-Variante einreißen kann. Und dabei kann ich euch jetzt schon mal verraten, es wird auch beim Rückwärtsgrillen häufig ein Fehler gemacht, den man vermeiden sollte. Denn beim Rückwärtsgrillen reißt die Wurst, so viel kann ich schon mal verraten, ebenfalls ein, wenn man darauf nicht achtet. Und das zeige ich euch gleich. Die Würstchen sehen jetzt schon langsam so aus, wie sie aussehen sollen, aber noch nicht ganz. Das bedeutet, sie sind auch noch nicht ganz fertig. Die brauchen im Kern so eine Kerntemperatur von mindestens 75 Grad Celsius. Ihr könnt also auch beim Würstchen gerne mal mit so einem Einstichthermometer nachschauen, zum Beispiel einem solchen und gucken, ob die Würstchen im Inneren schon 75 Grad haben, denn dann sind sie fertig und auch noch saftig. Und während ich jetzt gerade hier gemessen habe, sind die Würstchen auf 75 Grad geklettert. Also mit dieser Methode funktioniert das immer ganz gut. Ich habe jetzt hier bei den günstigen Discounter-Würstchen noch nicht ganz die Röstaromen dran, die ich dran haben möchte. Bei denen hier vom Metzger sieht es schon fast so aus. Ich würde die aber noch von einer Seite einmal ganz kurz drauf lassen und dann seht ihr, mit der Methode, sind die Würstchen auf jeden Fall fertig und noch nicht zu stark übergart. Aber eventuell trotzdem trockener als mit einer anderen Methode. Das testen wir gleich beim Thema Rückwärtsgrillen und die werden wir jetzt gleich runternehmen, anschneiden, verkosten und dann werden wir einmal das Rückwärtsgrillen machen. Der erste Gang Würstchen ist jetzt also fertig und das Ergebnis an sich sieht gut aus. Ich würde jetzt jede Wurst davon essen. Wir werden gleich mal anschneiden, gucken, wie saftig die innen sind. Aber es bleibt jetzt schon mal zu sagen, die Wurst vom Discounter, die nicht angeschnitten ist, die ist der Länge nach aufgeplatzt. Und zum Vergleich die Wurst vom Metzger genauso. Die Qualität der Würstchen im Sinne von, wer hat die gemacht, sind die handgemacht oder vielleicht doch eher am Fließband gemacht. Oder sind die Würstchen von der Fleischqualität her vielleicht von einem Tier, was ein bisschen besser aufgezogen wurde als ein anderes. Das hat nachher nichts damit zu tun, ob die Würstchen auf dem Grill aufplatzen oder nicht aufplatzen. Da hängen physikalische Gegebenheiten mit drin, die nicht dadurch beeinflusst werden, wie ein Tier gelebt hat oder wie die Wurst letztendlich verarbeitet wurde. Denn letztendlich haben wir hier Wurstbrät, was vorgegart ist, in einem Darm. Und da sind die physikalischen Gegebenheiten einfach so ähnlich, dass wir nicht sagen können, eine schlechte Wurstqualität platzt auf und eine gute nicht. Dann muss ich sagen, vom Discounter die Wurst, die angeschnitten ist, die sieht aber vorzüglich aus. Also genauso wie die aussieht, so stellt man sich eine Bratwurst vor. Die ist gleichmäßig eingeschnitten, die ist gleichmäßig an den Schnittstellen aufgegangen, die hat eine richtig schöne Bräunung bekommen. Und letztendlich würde man über so eine Wurst nicht meckern. Ich glaube, jedem von euch würde diese Wurst, auch wenn man sie bekommt, zum Beispiel in einem Brötchen mit Senf und Ketchup, würde diese Wurst schmecken. Vom Metzger jetzt die beiden anderen Würstchen, die eingeschnitten sind. Da hat der Trick mit dem Innenseitig-Einschneiden ganz gut funktioniert. Die Wurst ist wirklich etwas gerader geworden. Und dadurch, dass die gerader geworden ist, konnte man sie viel besser auf dem Rost von allen vier Seiten angrillen. Weil wenn eine Wurst so gebogen ist, kann ich sie von der gebogenen Seite meist schlechter angrillen. Aber mit dem Trick, in Längsrichtung des Rostes die Wurst aufzulegen, hält die meistens trotzdem ganz gut. Und dadurch, dass die ihre Bräunung nicht von der Kontakthitze vom Rost bekommt, sondern von der Strahlungshitze, wird die auch trotzdem auf der Innenseite richtig schön braun, wie man das hier sehen kann, selbst wenn sie gebogen ist. Und hier gefällt mir dann optisch, ja, die auf beiden Seiten eingeschnittene vielleicht sogar noch mal einen Ticken besser, als die, die innenseitig eingeschnitten ist. Aber der Unterschied, der ist wirklich nicht gravierend. Ich glaube, da können wir drüber hinwegsehen. Beides gute Methoden. Wir halten aber fest, beim direkten Grillen ist das Einschneiden etwas, was optisch schon mal einen Vorteil bringt. Ob es geschmacklich einen Vorteil bringt, das werden wir jetzt sehen, wenn wir anschneiden. Gucken, wie saftig die innen sind. Und dann werden wir hier eine Blindverkostung mit dem Team machen. Und das Team darf einfach sagen, schmeckt es einen Unterschied oder schmeckt es keinen? Beim Anschnitt sieht man jetzt ganz klar, es gibt eigentlich keinen Unterschied. Also die sehen von innen gleich aus. Klar ist das Brät von der Metzgerwurst ein anderes als von der Discounterwurst. Würde mich auch enttäuschen, wenn das nicht so wäre. Aber jetzt von der Saftigkeit her und von den Würstchen, das untereinander, da ist das exakt gleich. Also das Einschneiden oder das Aufplatzen hat nachher nicht zufolge, zumindest jetzt auch wieder optisch nicht, dass da mehr Flüssigkeit verloren geht, als wenn ich es einschneide, beziehungsweise wenn es aufplatzt. Jetzt werden wir das Ganze einmal probieren. Das bedeutet, ich schneide jetzt für jedes Teammitglied hier eine Scheibe Wurst runter. Und wir dürfen alle mal probieren und dürfen dann nachher sagen, ob wir irgendwie einen Unterschied schmecken könnten und wenn ja, was uns besser geschmeckt hat. Das Team war jetzt auch hier nicht hinter der Kamera dabei. Das bedeutet, die wissen jetzt gar nicht, welche Wurst welche ist. Und jetzt, wo es angeschnitten ist, kann man das auch nicht mehr ganz so gut erkennen. Das heißt, es ist wirklich eine Blindverkostung und die wissen zum großen Teil nicht mal, worum es heute in diesem Video überhaupt geht. Deswegen ist das relativ authentisch jetzt, glaube ich, vom Ergebnis. Das Fazit ist 100 Prozent eindeutig. Und zwar, man schmeckt absolut keinen Unterschied. Beim besten Willen überhaupt nicht. Ob ich die Wurst einschneide, ob sie aufplatzt oder was auch immer. Die sind gleich saftig, gleich aromatisch. Was soll sich auch an den Gewürzen ändern? Natürlich sind die Würste an sich sehr unterschiedlich von der Zubereitung. Und wir waren uns alle einig, die vom Metzger schmeckt deutlich besser als die vom Discounter. Und das, obwohl die Leute hier nicht wussten, dass die eine vom Discounter und die andere vom Metzger ist, sondern einfach gesagt haben, oh, das ist ein großer Unterschied. Direkt von Anfang an und sofort gesagt haben, die schmeckt besser. Und das ist natürlich ein großes Lob für unseren örtlichen Metzger hier. Muss ich aber auch sagen, ganz eindeutig, das ist die bessere Wurst. Bei Discounter-Wurst, jetzt im direkten Vergleich, merkt man einfach diesen typischen, industriell verarbeiteten Geschmack. Dieses, ja, Einheitsbrei-mäßige vom Geschmack her. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ich habe zum Beispiel mal bei so einem Fertig-Brisket, was ich getestet habe, gesagt, das schmeckt einfach wie so Tütensuppe. Na, dieses, ja, Maggi-mäßige, ohne jetzt Maggi angreifen zu wollen. Das schmeckt man einfach bei den Würstchen hier raus. Und hier hat man wirklich einfach einen geilen Bratwurst-Geschmack. In unserem nächsten Test werden wir die Würstchen jetzt mal rückwärts grillen, denn mit rückwärts grillen soll man verhindern können, dass die Würstchen aufplatzen. Das bedeutet, wir werden die wie ein Steak rückwärts grillen. Erst indirekt auf Kerntemperatur ziehen lassen und nachdem sie auf Kerntemperatur sind, werden wir sie von allen Seiten einmal scharf angrillen, damit sie Röstaromen haben. Und das soll verhindern, dass sie aufplatzen, weil sie dann innen nicht zu heiß werden. Aber dabei wird ein entscheidender Fehler gemacht. Und zwar beim Indirektlegen wird eine Garraumtemperatur von über 100 Grad Celsius erreicht. Das bedeutet aber, dass die Würstchen innen drin anfangen können zu kochen. Und sobald die anfangen innen drin zu kochen, werden sie trotzdem aufplatzen. Das Problem ist auch bei der Rückwärtsmethode, dass wenn man die bei 80 bis 90 Grad gart, das ist nämlich die Temperatur, die ihr anstreben solltet beim Indirektgrillen von Würstchen, dass die dann zwar innen drin vielleicht im Kern so 75 bis 80 Grad haben, wenn wir sie dann aber angrillen, natürlich im Kern noch mal heißer werden und dann auch wieder die Gefahr herrscht, dass sie aufplatzen. Und wir werden gleich schauen, ob das trotzdem besser funktioniert oder vielleicht trotzdem an den eben genannten Punkten scheitert. Bei meinem Rösler habe ich jetzt das Problem, dass ich selbst mit einem Brenner auf niedrigster Stufe Minimum 100 Grad anliegen habe. Ich versuche jetzt dadurch, dass ich den Deckel immer wieder öffne und schließe, das auf unter 100 Grad zu halten. Und ich habe den Brenner hier auf der rechten Seite, also von mir aus gesehen rechts, ich glaube von euch aus ja dann auch, wenn ich auf den Grill gucke. Und dann habe ich die Würstchen in die komplett andere Ecke gelegt, möglichst weit von dieser Hitzequelle entfernt, weil wenn wir dann am Deckelthermometer hier 100 Grad haben, haben wir hier natürlich wieder einen Ticken weniger und dann sollte das passen. Bei eurem Grill, wie gesagt, zwischen 80 und 90 Grad anpeilen. Solltet ihr das nicht hinkriegen, macht ihr es wie ich immer mal wieder die Haube öffnen und schließen und die Würstchen so weit wie möglich weg von der Hitzequelle. Wir dürfen auch unsere Würstchen in Milch nicht vergessen, die werden wir einmal rückwärts grillen und einmal vorwärts grillen. Dann haben wir auch da noch mal einen direkten Vergleich zwischen rückwärts und vorwärts, werden jetzt also einmal die rückwärts Variante miteinander vergleichen, dann die Würstchen mit der Milch schauen, ob die ohne einschneiden trotzdem nicht einreißen. Sollten sie das tun oder nicht tun, wird das trotzdem ja keinen Einfluss auf den Geschmack haben, wie wir das eben getestet haben und werden dann einmal die Würstchen in der Milch miteinander vergleichen. Ist es vorwärts besser oder rückwärts besser? Was ist wirklich saftiger? Und dann haben wir wirklich alles getestet, was man heute testen kann. Wenn ihr bis zu dem Zeitpunkt dran geblieben seid, dann würde ich mich sehr freuen, wenn euch das Video gefällt. Ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst, mir einen netten Kommentar schreibt und ein Abo für diesen Kanal da lasst. Wir können es schaffen, dieses Jahr noch 100.000 Abos zu erreichen und ich würde mich riesig freuen, wenn wir diesen Meilenstein tatsächlich schaffen würden. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, könnt ihr natürlich auch in der Videobeschreibung euch die Links anschauen. Die geilsten Grillzubehörprodukte habe ich euch dort unten verlinkt, immer zum besten Preis und ich verdiene noch mal einen Ticken dran mit, ohne dass ihr mehr bezahlen müsst. Die Würstchen lagen jetzt eine gute halbe Stunde indirekt, haben jetzt so eine Kerntemperatur schon von bereits über 50 Grad Celsius. Ihr müsst die nicht ganz durchgegart haben jetzt beim indirekten Vorgaren, sondern so ein bisschen davor schon runternehmen. Ist ähnlich wie bei einem Steak. Bei einem Steak sagt man so zwei bis vier Grad. Das kommt ein bisschen auf das Steak an, auf die Dicke, je nachdem wie lange und scharf ihr das nachher noch angrillt. Bei den Würstchen ist das jetzt ähnlich, allerdings ziehen die noch deutlich mehr Temperatur jetzt beim Angrillen, weil wir die von vier Seiten wirklich jetzt noch schön mit Röstaromen versorgen wollen, weil das indirekte Grillen, dabei dürfen die Röstaromen nicht zu kurz kommen, sonst macht das natürlich einen Geschmacksunterschied, denn Röstaromen sind wirklich das, was nachher den Grillgeschmack ausmacht und nicht irgendwie, ob die Wurst dann ein bisschen saftiger oder ein bisschen weniger saftig ist. Wir könnten die Wurst jetzt auch so zu Ende garen lassen und dann essen, dann wäre sie gar und würde auch schmecken, würde auch nach Wurst schmecken, aber es wäre keine gegrillte Wurst. Deswegen müssen wir die jetzt noch angrillen und jetzt besteht das Risiko, dass sie uns trotzdem noch aufplatzt, denn bisher ist sie tatsächlich nicht geplatzt. Das heißt, auch die nicht angeschnittenen Würste sind noch vollkommen intakt und vielleicht bleiben sie das jetzt. Wir haben ja auch eine Wurst in Milch gelegt und schauen, vielleicht bleibt die das dann zumindest und vielleicht auch nicht. Zum Angrillen jetzt bei der indirekten Methode habe ich auch die Temperatur ein bisschen höher gewählt, weil wir müssen ja jetzt nicht die Röstaromen erzeugt haben, bis die Wurst gar ist, weil sie ist ja innen drin jetzt noch weiter vorgegart, sondern wir müssen jetzt einfach nur noch Röstaromen ranbringen und innen drin die Temperatur klettert unweigerlich auf über 75 Grad dabei. Deswegen können wir es jetzt heißer machen, bedeutet aber auch, wir müssen schneller und häufiger grillen und da ist schon die erste Wurst geplatzt. Und die Wurst, die geplatzt ist, war tatsächlich die vom Metzger, die nicht in Milch eingelegt war. Die aus dem Discounter ist noch nicht geplatzt und die ist schon an einer Stelle sogar ein Ticken dunkler und die, die in Milch eingelegt waren, da sind beide auch noch nicht geplatzt. Wir schauen mal, ob das bis zum Ende so bleibt. Jetzt nicht denken, dass die aufplatzen, weil ich die viel zu heiß angrille. Ich habe hier immer noch meinen Temperaturregler auf maximal dreiviertel Stufe und da ist schon die nächste Wurst geplatzt. Schauen wir mal, welche das war. Es sind zwei Würstchen geplatzt und zwar einmal die aus dem Discounter, die nicht in Milch lag und die vom Metzger, die in Milch lag. Das heißt, jetzt sind fast alle Würstchen geplatzt, außer die vom Discounter, die in Milch lag. Aber ich glaube, die brauchen nicht mehr lange und dann platzt sie auch. Die vom Discounter, die in Milch lag, ist nun auch geplatzt, nur das hat sie still und heimlich gemacht, das haben wir nicht mitbekommen. Also es sind alle Würstchen jetzt im Nachhinein trotzdem geplatzt, egal ob in Milch, egal ob jetzt nochmal indirekt vorgegart und danach angegrillt. Und die sind noch lange nicht fertig von den Röstaromen. Das heißt, selbst wenn wir sie mit niedrigerer Temperatur weiter gegrillt hätten, wären die aufgeplatzt. Also da kann man nicht sagen, dass die dann weniger aufplatzen. Das Einzige, was wirklich gegen das Aufplatzen hilft, ist das vorherige Einschneiden. Also der Kompromiss daraus, vorher vorgeben zu können, wo die Wurst letztendlich sich ausdehnen darf und wo sie es nicht tun soll. Rein optisch muss ich sagen, mir haben die direkt gegrillten Würstchen besser gefallen. Wir hatten mehr Röstaromen dran und hier haben wir jetzt weniger Röstaromen dran bekommen. Die sind aber innen jetzt schon genauso durch. Wenn wir jetzt noch mehr Röstaromen hätten dranlassen kommen wollen, dann wären sie in noch weiter von der Kerntemperatur gestiegen. Bedeutet im Endeffekt dann auch eventuell nochmal trockener. Eigentlich soll diese Methode aber ja die Würstchen innen drin saftiger halten und deswegen werden wir die jetzt einmal so anschneiden, wie sie sind. Sie haben halt weniger Röstaromen und ich habe ja schon die Temperatur höher gedreht gehabt, als jetzt bei denen, die ich direkt gegrillt habe, damit wir überhaupt diese Form der Röstaromen dran bekommen. Hätten wir sie noch höher gedreht, dann wären sie wahrscheinlich außen sehr schnell schwarz geworden, hätten noch mehr schwarze Stellen bekommen, beziehungsweise wären auch noch schneller und noch massiver aufgeplatzt. Beim Anschnitt muss ich jetzt sagen, ja, sie sind schon saftiger. Nicht viel, aber schon ein bisschen. Wir werden das jetzt mit dem Team verköstigen und euch dann ein Fazit geben. Beim Fazit waren wir uns sehr einig. Zwei Unterschiede schmeckt man zur vorherigen Wurst. Einmal die Pelle, die war nicht so knusprig wie gerade. Die schmeckt so ein bisschen labbriger, die ist nicht so kross geworden. Und zweitens, es war ein Ticken saftiger. Ob das jetzt wirklich saftiger war und ob man das jetzt wirklich im direkten Vergleich schmeckt, das testen wir jetzt mit einmal den Würstchen, die in Milch eingelegt waren, die wir jetzt einmal indirekt und einmal direkt gegrillt haben, die beide aufgeplatzt sind, wenn man sie nicht eingeschnitten hat und wenn man sie eingeschnitten hat, natürlich nicht aufgeplatzt sind. Die werden wir jetzt nochmal direkt miteinander vergleichen und werden dann schauen, ist das indirekte besser oder das direkte. Ein endgültiges Fazit steht fest. Wir haben jetzt indirekt versus direkt miteinander verglichen und wir mussten sagen, beim direkten Grillen, die Pelle ist einfach viel knuspriger und es ist innen drin nicht weniger saftig. Das hatte jetzt eben so ein bisschen den Eindruck erweckt, aber jetzt, selbst wenn es minimal weniger saftig ist, ist der Geschmack der direkt gegrillten Wurst trotzdem für uns alle hier einstimmig der bessere gewesen. Und das würde ich auch so unterschreiben und ich würde auch sagen, die war jetzt nicht zu trocken oder so. Man kann die mit dem direkten Grillen zu trocken machen. Das bedeutet, wenn ich die indirekt grille, ist das eine sichere Sache, dann ist die saftig. Wenn ich die direkt grille und ich übergare die beim direkt grillen, mache also den Grill zu heiß oder einfach nicht heiß genug und brauche jahrelang, bis Röstaromen drankommen. Das kann ich aber auch genauso beim indirekten Grillen machen und dann wird sie auch im Nachhinein noch zu trocken. Das indirekte Grillen ist trotzdem dann ein bisschen sicherer, damit die nachher saftig ist. Davon möchte ich jetzt aber nicht zu viel philosophieren, denn wir können einfach sagen, eine Wurst zu grillen, können wir uns so einfach machen, wie es nur möglich ist. Wir ritzen die Pelle ein, entweder auf der Innenseite oder auf beiden Seiten. Wir legen die Wurst direkt bei mittlerer Hitze ungefähr auf den Grill. Wir wenden sie mehrmals, bis sie außen so aussieht, wie sie aussehen soll und dann ist sie innen fertig und dann ist sie saftig und dann ist sie außen kross und dann ist sie nicht geplatzt, sondern wir haben definiert, wo sie letztendlich sich ausdehnen soll und kann dann so auf den Teller, wie wir das möchten. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben jetzt hier ganz viele Würstchen verbraucht und wir werden die natürlich auch noch essen, aber alle auf einmal schaffen wir jetzt hier nicht, damit ihr das zu Hause nicht machen müsst und jetzt wisst, wie man eine Wurst auf dem Grill grillt und auch wenn wir hieraus eine Wissenschaft gemacht haben, wie manche sagen würden, haben wir jetzt als Quintessenz für euch, macht daraus keine Wissenschaft, haut eure Würstchen direkt auf den Grill, grillt sie fertig und genießt sie. Mehr muss man über das Thema Würstchengrillen nicht wissen und deswegen bleibt das wahrscheinlich auch das letzte Video zu dem Thema, außer es kommen jetzt verblüffende Kommentare hier unten in die Kommentarleiste und wenn ja, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Generell über jeden Kommentar freue ich mich, jeder YouTuber tut das, weil das ist schön für den Algorithmus. Man erreicht somit noch mehr Leute und unsere Community kann stetig wachsen. Ansonsten würde ich mich auch über einen Daumen nach oben sehr freuen und natürlich, wenn ihr Abonnent des Kanals werdet. Und wenn ihr Bock habt, supportet unsere Arbeit über einen der Links in der Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.